Willkommen Freunde, zurück bei Mordor's Shackle. Ja, hier haben wir noch das Einige mit dem Dolch, das will ich jetzt nicht nochmal versuchen. Ich würde mal sagen, wir machen eine Schnellreise hier rüber. Und wir kümmern uns mal hier drum. So, es ist sehr direkt hier unten. Da ist es. Hopp. Der da drüben konnte uns eigentlich gar nicht sehen, weil wir auf der anderen Seite der Wand waren, aber das ist jetzt egal. Annehmen. Es ist ruhig hier. Zu ruhig. Das lässt sich ändern. Sie wollen euch überfallen. Holt sie euch! Ich halte mir den Kopf ab! Ach ja. Oi! Nur ein Nahre mischt sich in einen Kampf zwischen Urux ein. Zack! Treffer! Und wir hatten schon wieder einen Giftpfeil von mir geforscht. Wer war das denn? Ich habe dich unterschätzt. Dieses Mal. Jetzt haut der Füße an. Das ist jetzt richtig füß. Komm, lauf. 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 Oh. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und schüss. Und schon. Und schüss. Ich bin mit dir. Das wäre ein Scherz-Warner. Oh, Schuss. Hi! Der sieht auch interessant aus. Ja! Der Hauptmann musste ihn von seinem Leid erlösen. Hier hinten noch eine Information. Holen wir uns auch schnell. So. Ach ja. Aha. Wenn wir noch eine von diesen Pflanzen finden, dann haben wir hier noch irgendwas geschafft. Mal schauen. Wenn wir dem Grafwandler begegnen, dann bleibt mir aus dem Weg. Und tschüss. Es gehen Gerüchte um die Ghule seien die Geistern totes. Ach du glaubst so etwas? Was? Hallo. Netter Zeitgenosse. Zack. Bam. Und die wird weg. Was? Wahrscheinlich nur lassen. Dann müssen wir uns woanders setzen. Gah! Gah! Komm schon! Lass uns kämpfen! Jetzt leidest du! Genau. Jetzt... Auch nett! Stark! Nagelt ihn fest! Oh je. Das hört sich nicht gut an! Nein! Ich kann verbrechen! Ach, schau! Den von hinten an! Den machen wir immer platt! Lass uns unsere Schänder kreuzeln! Gibt wohl's gar nix mehr! Gibt wohl's gar nix mehr! zu denen können wir noch mehr Informationen... Ok, sehr schön! Und wir müssen gestyr. Heute hätte eigentlich ein Paket für mich ankommen sollen. Und was der Witz an der Sache ist, da ich wusste, dass ich zu dem Zeitpunkt ungefähr, da ich da wahrscheinlich nicht da bin, habe ich extra einen Zettel an die Tür gemacht mit Schriftgröße 80 in Word. Müsst ihr mal machen. Schriftgröße 80 in Word, Querformat. Passt wunderbar drauf, wo das Paket abzugeben ist. Sollte einfach mal beim Nachbarn, der direkt nebenan wohnt, der wusste auch Bescheid, das Paket, der Paket, Mensch hätte das Paket einfach nur ein Haus weiter abgeben sollen. Und dann habe ich irgendwann am späten Nachmittag, ich weiß, es war halb fünf oder so, habe ich mal nachgeguckt, wo mein Paket gerade ist. Und da steht auf der schönen Seite, dass das Paket wieder im Lager ist, weil nicht antreffbar ist. Das kann doch nicht sein, oder? Es hängt ein großer Zettel an der Tür, wo das Paket abzugeben ist, wenn keiner da ist. Wobei, weil ich auch sagen muss, ich war zwar nicht da, aber es war jemand im Haus. So ist es nicht. Das heißt, er hätte... Es war sogar einer da. Und der... Der Typ hat... Entweder hat er erst gar nicht gestellt, oder er hat auf der falschen Fingern gedrückt, oder... Was ist es nicht. Auf jeden Fall war er da und hat einfach das Paket wieder mitgenommen. Das ist... Das ist schön. Also... Vor allem kann es noch sowas gar nicht sein, oder? Es war einer da, und selbst wenn keiner da gewesen wäre, hing ein großer Zettel an der Tür, also einfach nur ein Haus... Das Haus war direkt nebenan. Einfach ein Haus weiter an der Tür klingeln und das Paket abgeben. Ist doch nicht schwer. Aber nein... Wahrscheinlich muss ich jetzt bis... Bis Montag fahren. Das ist ja gerade... Das ist ja der Speitag heute, wo ich hier aufnehme. Heute hätte das Paket kommen sollen. Perfekt zum Wochenende. Und jetzt muss ich höchstwahrscheinlich bis Montag warten. Das freut einen doch. Und deswegen... Stirbst du jetzt. Schüss. Daneben. Plonk. Zertieren. Zertieren. Und... Zertieren. So. Was mache ich hier eigentlich? Moment mal. Ach ja, ich suche... Diese eine Blume hier. Die. Die würde ich gerne noch... Mal gucken, ob wir die finden. Wäre natürlich perfekt. Denn halt, könnte ich das hier einmal abschließen. Ich staune dich, dass ihr mich nicht zu einem Häuptling machen. Ich gehe mal kurz die Karte... Hi. Oh. Na gut. Ich gehe mal kurz die Karte ab, um zu gucken, ob ich das finde. Ich könnte mir auch mal eben schnell neue Pfeile holen. Wenn die eh schon hier oben sind. Ja, von euch hat diese kleine Kreatur aufgespürt. Es hat sie noch einer geschnappt, oder? Hi. So. Vielen Dank, Waldläufer. Naja, nix zu danken, ja. Passt das nicht mal besser auf euch raus. Ich meine so eine grüne Pflanze brauche ich noch. Das könnte lustig werden, wenn wir gut treffen. Hier könnte es sein. Hier? Nee, das ist es nicht, ja? Nein. Oh, mein Schuss. Das hättest du gerne gehabt. Ich blitze dich auf und jeden Uhr hoch dir sich zwischen uns stellt. Mal sehen, wer zuerst ausblutelt. Au! Die Ball ist in der Überzahl. Ich blitze dich auf. Ich blitze dich auf. Ich blitze dich auf. Zack! Ich blitze dich auf. Leider weg. Tschüss! Ich blitze dich auf. So, abgeschlossen. Schön. Und jetzt? Neue Herausforderung. Drei von den roten, äh zwei rote, zwei blaue. Wir haben hier eine Verbesserung. Gesund machen wir das hier. Hier haben wir nichts. Na gut. Hier sind wir. Ich würde mal sagen... Achso, das ist doch das Ganze, ja? Ja, Töte fünf geflügelte... Was sind denn geflügelte Umtiere? Ich habe hier noch keine geflügelten Umtiere gesehen. Hier in dem Gebiet, sollte ich jemanden suchen. Dann haben wir das auch. Naja, äh... Wie ist denn da so ein blauer Brümer? Geil so auch schon, wa? Hi! Orpha! Orpha! Und jetzt bringe ich ihn halt um, wenn er zurückkommt! Wir wollen uns gegenseitig töten! Einer von uns wird sterben! Und ich werde der sein, der dich töte! Der stirbt! Der stirbt! Er, das ist richtig! Du bist der, der stirbt! Der stirbt! Du, zünder uns, Feierhund! Du, zünder uns, Feierhund! Und jetzt kommt der Schappel. Und jetzt kommt der Schappel. Du, zünder uns hier drüber. Und jetzt kommt der Schappel. Und jetzt kommt der Schappel. Wir gehen hier nicht. Dann kommt der Schappel, Aber keiner wollte hören. Tschüss! Okay, das wollte ich schon mal sagen. Das soll es für heute gewesen sein. Wir machen hier mal ganz schnell einen ganz gepflegten Abgang. Damit die uns hier nicht doch noch aufhängen. Wer zuletzt lacht, mein Freund. Wer zuletzt lacht. So, ich würde sagen, hier können wir gut stehen bleiben. Und dann werde ich auch den Part für heute beenden. Beim nächsten Mal sehen wir uns hier hoffentlich wieder. Und ich sage erstmal bis dann und tschau.